Wenn's Winter wird und kalte Zeit, lädt der Christkindlsmarkt nach Nürnberg ein. Zu Glühwein, Tant- und Kerzenschein und den Elisenliebkuchen aus Nürnbergs Bäckereien. Seit hunderten von Jahren schon macht man sie hier. Die Rezepturen sind zwar oft geheim, doch in die Backstube der Familie Woitnig schauen wir jetzt mal rein. Die Bäckerei Woitnig gibt's seit 1904. Mein Bruder und ich sind jetzt die vierte Generation. Beim Elisenliebkuchen ist eigentlich jeder auf seine eigene Art einzigartig. Selbst die kleinsten Unterschiede in der Rezeptur können einen sehr großen Unterschied im Endergebnis bringen. Unser Rezept ist über 100 Jahre alt. Mein Opa hat es entworfen und die Grundrezeptur ist immer gleich geblieben. Wir sind auf dem Christkindlismarkt seit 1950 jedes Jahr mit unserem Stand vertreten. Der Nürnberger Christkindlismarkt macht für mich besonders, dass es ein sehr alter Christkindlismarkt ist und dass sehr viele verschiedene Generationen und damit auch Traditionen zusammenkommen. Das erkannt wird mir dazu. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!